Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute mit zwei völlig unterschiedlichen Messern des gleichen Herstellers. Und zwar der Firma Benchmade. Wir haben einmal das Meat Crafter Carbon aus der Handserie von Benchmade. Ja, ihr seht schon, das ist was Spezielles. 2,8 mm Klingenstärke, also ungewöhnlich dünn. Wenn man jetzt an Outdoor- oder Survival-Messer denkt, aber das ist es auch nicht. Es ist ein spezielles Messer für den jagdlichen Bereich. Das ist vor allen Dingen für weiches Schnittgut wunderbar geeignet mit dieser dünnen Klingenstärke. S45VN wurde verbaut, also ein echter High-End-Stahl. Carbon-Griffschalen, die extrem angenehm in der Hand liegen. Ja, und eben eine klassische dünne Klinge, wie es sich für ein Filetier- oder eben Ausbeinmesser auch gehört. Das Ganze wird in einer Kydex geliefert, die auf der einen Seite genauso signalorange wie die Klinge ist und auf der anderen Seite in gedecktem Schwarz wie das Carbon gehalten ist. Im absoluten Gegensatz dazu haben wir hier das Bug-Out Special 2022. Ja, eine limitierte Version des beliebten Bug-Outs, ein Klappmesser mit dem Benchmade Access-Lock, in diesem Fall mit blau anodisierten Titan-Griffschalen und einem luxuriösen Dammer-Stil als Klingenstahl verbaut. Ja, mit den beiden Messern haben wir wirklich zwei Messer, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Sie sind beide auf ihre eigene, individuelle Art und Weise total beeindruckend und praktisch und ihrem Nutzen wirklich angepasst. Und ja, alle Infos zu den Messern findet ihr natürlich wie immer bei uns auf Messerworld.de.